Ja, hier ist es auch gestiegen, aber es müsse noch höher steigen. Okay. Warte mal, wie viele Welten haben wir denn jetzt? Äh, ich drück Start, danke. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es gibt da neun Welten. Krass. Das heißt, 100 Puzzleteile. Nein, ist doch zu, nee. Was soll ich denn mit, nein, 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 nein. Ey, den ganzen Ernst, ich kenne mich hier jetzt, bis jetzt kenne ich mich überhaupt gar nicht mehr aus. Ich muss niesen. Okay, doch nicht. Nein. Mann, immer wenn ich das sage, muss ich nicht niesen. Ja, super. Ich dachte, ich muss niesen. Nein. Ja, dank Gesicht. Komm, 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 komm. Was ist denn hier? Ist bestimmt ein Schalter drin. Yippie, sag dich doch. Ich ertrinke doch da drinnen. Nee. Oh. Ah. Ein Giesel. Hallo, Giesel. Das ist jetzt nicht so eine große Teleportation, ne? Muss ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, kommen die Dinger trotzdem noch? Nee, doch. Bald peitsche ich ihn den Hintern wund. Mach das, gönn dir. Hat er, glaube ich, nix dagegen. Äh. Was gibt's hier? Uh, was ist die Bucket Bay? Endlich. So, da machen wir auch noch vier Puzzleteile, die ich noch ein bisschen daran erinnern kann. Ich find, die Welt ist cool, aber, ne, nichts aber, aber, nichts aber, wo komm ich jetzt hier hin? Na, guck ich mal. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Oh. Was ist das denn für eine Welt? Okay, da seh ich ein Labyrinth. Ach, da! Ah, okay. Ja. Weltmonsters Menschen. Ich find, ein paar Puzzleteile find ich ganz cool bei der Welt. Was? Wie unnötig da jetzt gerade auszulaufen. Ganz im Ernst, da war ja nix Wichtiges. Na gut. Und da kommt wieder ein... Böser Fisch von uns. Ich versuch sofort, alle einzusammeln. Uh, ein Rettungsreif, mal loo. Boah, was will man von dem? Tschüss. Aber ich find, die ist cool aufgebaut. Muss ich schon sagen. Oh. Gib mir mal dein Leben wieder her, danke. Hier ist nix mehr. Und da unten, was ist hier? Das kann man auch langsamer machen, glaub ich. Also einmal können wir uns noch verwandeln, das weiß ich. Aber hier? Eigentlich nicht. Was bist du denn für ein Troll? Ja klar, das muss man verlemsammeln. Ich werd sowieso hier verkacken. Ich merk's schon. Ja, schon verkackt. Boah, Junge. Was ist denn los mit mir? Oh. Nein, 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 nein. Okay. Da hinten ist nix mehr. Irgendein Turbin. Ah. Bleiben die jetzt stehen? Ah, gut. Langsamer, langsamer werden die. Ich glaub, stehen bleiben die nicht mehr. Ey, ich hab nur eine Methode. Um durchzukommen. Nee. Da kommen wir noch nie im Leben hin. Geh ich mal gerade aus. Ist ja noch so ein Teil. Nein. Nein. Oh. Shit. Au. Schade, schade. Die beste Leistung dieser Welt. Ist nur ein 13. Oh, schau. Ist aber echt viel. Ist das ein böses Teil? Bist du ein böses Teil? Nee, du bist ein Liebesteil. Bibi. Oh. TNT gibt's ja auch schon. Okay, da hab ich jetzt nicht dran gedacht, dass da auch noch einer ist. Man kann, glaub ich, auch wenn man schnell genug ist, einfach so vorbei. Ich probier's mal. Komm nicht raus. Hab ich jetzt echt gedacht. Du, 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 du. Ach, komm schon. Yippie. Ja. Ist hier nicht noch irgendwie was? Nee. Ach, komm ich denn? Ach, von da komm ich ja raus. Stimmt ja. Du bist ein böses Ding, ne? Ja, du böses Ding. Du versuchst mich zu essen. Komm. Fries mich. Fries mich. Oh, schade. Nicht getroffen. Drei. Eins. Zwei. Geh mal weg da. Okay. Drei. Zwölf. Hundert. Elf. Okay, kann ich mir gut merken. Ich wusste gar nicht, dass es genau hier ist jetzt. Aber da habe ich es auch richtig gemacht. Yippie. Boah, ich bin schon wieder so hyperaktiv, ne? Das geht gar nicht, klar. Oh. Ne, gut. Dann mache ich das so. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich mache das so. Ja, den Kram mit dem Kran. Da muss ich auch noch was machen hier. Ja. Weil der andere das kloppen, ich komme bekomme. Ja. Coole Musik, muss ich schon sagen. Okay. Dann machen wir erst mal das hier. Toll 1. Toll 2. Wo ist Toll 1? Mist. Patsch. Mist. Ah, okay. Toll heißt also 1. Und wie wir jetzt da dran kommen? Einfach nochmal schießen. Doppelt oder was? Okay. Nächsten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich am Ende brauche. Beim letzten, wenn ich mich, äh, verwandeln will. Ich glaube, 20. Bei Madmonster ist Menschenwander 15, ne? Ist das schon das böse Wasser? Da hieß es böse Wasserschuhen. Tauche und diese Sosse ein, verlierst du sehr schnell Luft. Wie fein. Okay. Oh, ich dachte, das wäre ein Tor. Ich glaube, ich habe etwas Falsches gemacht. Ich glaube, ich sollte hier nicht runter. Ja, ich verliere einfach die ganze Zeit Luft. Ja. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Wir sehen uns dann in der Gruft. Dem müssen wir irgendwie helfen. Ja. Hör auf, ich bin gefangen. Fred Snorkel von Disney Bang. Ja, später. Kann ich gerade nicht. Wir gehen da aber jetzt nicht noch mal hin. Boah. Das war das. Mein Hass, Jinjo. Geh weg. No, fuck. Okay, dann erhol ich dich jetzt. Wegen dem Ei. Der kommt doch mal in diese Brühe. Ja, und deswegen. Ja, kriegst mich nicht, ne? Sound nicht irgendwie noch was? Ja, ein Loch. Na, GG. Da wollte ich hin tauchen. Kriegst mich nicht, Yippie. Was ist denn da? Ist da was Wichtiges? Warum ist da so ein Flugding? Kann ich es hier auch so kaputt machen? LOL. Ha, ich hab den runtergeschmissen. Und der hat mich runtergeschmissen. Ach, komm schon. Kann man nicht einschätzen, wie schnell das Ding ist. Okay, jetzt weiß ich, warum ich fliegen brauche. Hey, dann haben wir ja schon zwei von denen, oder? Einen fehlt mir eh noch bei Mad Monsters Menschen. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Schade. Ich dachte, ich kann da so reinfliegen. Oder reintauchen. Jetzt kommt der Ei. Er hat mich aber noch nicht entdeckt. Er hat mich entdeckt. Machen wir... Aua. Der Kinderwart an mir. Ah, da ist auch noch so ein Tor. Dick. Das ist hier noch so ein... Wo ich heimkomme, ne. Ja, komm. Die, 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 die. Boah, hier kann man das überhaupt nicht einschätzen, wie weit und so. Aber es ging. Ohne Fail. Ein Puzzleteil nur noch, oder? Kann das? Geh kaputt, biete, biete, geh kaputt, biete, biete. Danke. Ist das Toll-3, oder? Oder heißt einfach... Toll ist... Toller ist doch, wie viel man da reinschmeißen muss, oder? Ich dachte, das wäre jetzt mit... Ah. Guck dir das an. Ein Schalter. Hm. Drücken. Ist es mit Zeit? Ist eh mit Zeit. Wettig. Ja, sag ich doch, ey. Dup, 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 dup. Nein. Ist da oben noch was? Sieht nicht so aus. Ah, das Ding geht jetzt eigentlich runter. Komm, hier runter. Genau, oder so. Weil ich möchte da gerne wieder hoch. Drei. Es fehlt uns nur noch ein Puzzleteil, die Bi. No, komm schon. Zwei Leben nur noch. Das ist echt schön. Das ist aber jetzt ein extrem langer Park, glaube ich. Aber hier ist ja nicht so schlimm. Komm, ein noch. Da reicht das auch nur einmal. Zwei Leben. Uh, was ist denn hier? Leben hört sich immer gut an. Ja, komm. Geh unten. Ist einfach nur für Leben da, oder wie? Und für dich. Ich glaube, die kann man auch so töten, ne? Ja. Voll cool. Ah. Okay. Oh, hier kann man auch noch rein. Was stimmt da los? Nochmal TNT. Kann ich den auch... Hm. Abschreiben. Verboot. Das ist eh noch so ein Teil. Ja. Party, Party on, yeah! Was? Ja, cool. Ein Leben hatte ich auch lange nicht mehr. Mehr ist hier nicht? Nix? Ey, da hätte ich jetzt echt gedacht, ja, wenn ich alle kaputt mache, kriege ich ein Leben. Ach, kein Leben habe ich ja. Kriege ich ein, äh... Puzzleteil oder irgendwie was anderes. Aber doch kein Leben. Hi! Na? Moin! Ähm, das wusste ich nicht, dass er jetzt ein Ginger ist. Ich habe ihn gehört. Hi! Moin! Hi! Hi! Ich finde die cool. Die sind ganz witzig. Ja, ja. Sie verfolgen mich. Heute verfolgen die mich aber wirklich extrem. Mist. Nein. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, das wäre eine Falle und ich komme nie wieder raus. Äh, ich bin hier. Wieder? Sind nicht irgendwie... Ist das da? Ich mache... Ich springe lieber, weil... Bin ich ja nicht im Wasser und ertrinke. Start-up-Style. Willst du mich verarschen? Oder einfach, weil ich, äh... Du wirst Bescheid. Gestorben bin. Ja, ich bin gestorben. Aber ich will noch diesen Puzzleteil haben. Der dauert eh jetzt schon eine halbe Stunde apart, glaube ich. Der kommt mir noch irgendwie rein, oder? Jetzt fehlt uns noch einer. Hier kann man aber was kaputt machen. Doch, auch nicht. Hä? Dann hole ich mir eben den Jinjo als erstes. Pfff. Gut. Kommt man doch auch so drauf, oder nicht? Hey. Das wollte ich gar nicht. Bitte. Bitte. Komm, geh da doch doch einfach drauf. Bist du... Geht nicht. Nachmachem Rohr. Hör ich als erstes den Jinjo-Puzzle und... Oder Puzzlo. Ah. Verkackt, ne? Ich glaube, das wird... Ne, 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 komm. Wir nehmen das hier. Mein Lieblingsraum. Ist das, glaube ich. Ne, doch nicht. Ah. Hi. Moin. Aua. Hi. Moin. Äh. Ach. Ja. Ja, genau. Okay. Das war jetzt, glaube ich, der vierte. Endlich mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Aber nur, wenn es euch gefallen hat. Sonst würdet ihr das ja nicht gucken. Äh. Bis dann. Ne? Guck mal, das ist sogar das Boot. Tschüss.